Hi ihr da eingebliebenen. Heute mache ich einen kleinen Spaziergang hier bei Lambrecht am Tollsfelsen. Bin schon seit 7 Uhr unterwegs, hab heute meinen freien Tag und dachte so ich mach mal einen kleinen Spaziergang. Wirklich nur klein, ein paar Stunden und dann wieder zurück. Und das Wetter ist heute verdammt warm. War schon hier richtig schwitzig. Und es war richtig schön Nebel aber der hat sich jetzt verzogen. Hab leider keine Aufnahmen davon gemacht. Aber jetzt zeig ich jetzt mal trotzdem hier den schönen Ausblick vorm Teufelsfelsen bei Lambrecht. Schau mal raus. Sieht schön aus. Jetzt mache ich hier ein kurzes Päuschen. Hab schon beim Hochlaufen ein paar Aufnahmen gemacht. Zeig ich euch jetzt dann. Und dann geht es weiter. Ich hoffe euch gefällt es was ihr heute seht. Ich mache heute ein bisschen was anderes. Und ja mal gucken wie es so wird. Jetzt machen wir uns, Hummer. Jetzt maken wir uns, um pocket ampoule rum. shortly herum ist es passiert. Ach so, wir sehen uns sehrrostatlich. Und dann kommt, die commands zurück zum Beispiel Malcoötchen. اؤ mich über Anwort alles. Dauntei V pushes ein Siegerer T Lehrgang. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt bin ich am alten Teil des Felsen. Im Prinzip geht's jetzt nur noch runter. So habe ich meine Tour beendet dann. Mein Spaziergang der besonderen Art. Und das ginge sich noch ein bisschen Aussicht. Ich habe gerade eben den ersten Akku gewechselt. Zwei Stück habe ich noch. Und ja, mal gucken, wo's noch lang geht. Noch genügend Uhr, äh, noch genügend Zeit. Und allmählich wird's auch wieder wärmer. Es ist schon fast wieder zu warm als für die Jahreszeit. Aber man muss es nehmen, wie's kommt, ne? Hm. Lambrich gefällt mir. Mit der Umgebung. Hier würde ich gern wohnen. Ja, kommt vielleicht noch. Ja, aber weiter geht's. Demonstruktion. Ja. Ja. Da. Ja. Da. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.